Wir zeigen dir jetzt mal, wie gut du in dieser ersten Sendung warst. Guck dir das mal an. Roland Kaiser! Das ist der Kapoffe-Salat. Doch nicht hier. Oh, da fehlt nicht nur Salz. Da fehlt auch ein. Der näßt auch ungewöhnlich. Er ist auch sehr nass im Mund. Was macht der? Der riecht. Der riecht? Riecht. Grüße. Nein. Was, nochmal, der Buchstabe ist... Und was macht der? Riechen. Bitte nicht. Doch, echt. Riechen? Ja! Magst du ein Blümlein haben, lieber Stier? Au, das wird fein! Wo ist dann die zuständige Kamera für mich? Das sage ich Ihnen gleich. Ich hasse es, verkleidet zu werden. Wir tragen dir auf Wiedersehen. Weißerose aus der Tee. Wir tragen dir auf die Tee. Wir tragen dir auf die Tee.